Nee. Haben sie nicht. Hä? Wieso? Wieso? Hä? Hä? Ich erstelle mal. Ja, ich lese das jetzt alles. Klar. Ey, wenn ich jetzt erst ein Patch brauche, damit das funktioniert, ne? Dann wird das heute nix, Chad. Ich spiele nicht nochmal den gesamten Demo. Ja, im Arsch. Ah! Moment, stopp! Alles gut. Die auf Reddit sind nur dumm. Alle dumm auf Reddit. Ich wusste schon immer. Easy game. Let's go. Da werden wir das Dorf Ruthus. Lächeln sie dem Hügel. Fantastik. Wettrennen zur Spitze, Kumpanen. Dann schließe ich, das Vivriana-Mädchen Ena zu begleiten, da sie das Ei vom Ausmaßflügel Rata trägt, das Wächterer Tayan vertraut hat. Ihr brecht auf in ihrer Heimat Ruto, wo dein Großvater Red einst stark gebannt, damit er den dort lehnen Vivriana anknüpfte. Ich mach dich aus, Mann! Warte, ich muss den ausmachen. Der versteht in Videospielen ganz oft Fuck. Niemand hat Fuck gesagt. Niemand. Ja, aber... Nochmal... Heißkoppel. Fuck. Okay, geht nicht mehr. Scheiße. Das ist okay. Das versteht das Spiel nicht. Versteht er nicht so oft. So. Let's go. Early Access Vollversion-Chat. Achso, ich reite mit. Ja, das ist ja cool. Das Spiel ist zu laut. Erstmal alles looten hier. Alter, wie viel kann man denn hier looten direkt? Pizza kaputt. Das heißt aber, die Pizza war anscheinend gut, Lu. Jetzt müssen wir immer die teure 4-Euro-Pizza kaufen. Ich sehe schon, komm. Oh, da kommen wir nicht dran. So. Ich spiele es immer noch ein bisschen laut. Aber ich glaube, ich kann das auch hier in den Optionen machen. Warte mal, wie war das mit Optionen hier? Ein bisschen matschig. Es mag am Ei liegen. Man kann direkt den Spielstand von der Demo nutzen? Ja. Genau. Das war wichtig, dass man das kann. Weil sonst hätte ich die Demo, glaube ich, nicht gespielt. Äh... Hier möchte ich erwähnen, ich hasse dich ein wenig. Damit kann ich leben. Geht nur auf deine von Nintendo gesponserten Version. Das wäre wild. Wurde aber auch nicht von Nintendo gesponsert, sondern von Capcom. Capcom hat mir den Key gegeben. Bei Monster Hunter Sachen frage ich immer direkt Capcom. Weil die das meistens selber machen. Heldenhafter plus eins. Möchte ich mal einen Loot aufklatschen? Die eigentlich lohnt sich doch nicht, ne? Ich möchte jetzt... Gerade noch kein Monster klatschen. Ich möchte jetzt erstmal weitergehen. Ich habe jetzt erstmal den Strand hier leer gelootet. Ah, das ist ein Katzer-Wahn. Ich glaube, ich werde dort noch die Demo durchzocken. Ja, morgen kommt es raus. Irgendwann in der Nacht wird es released. Und wenn ihr bis dahin die Demo noch durchgespielt habt, könnt ihr direkt weitermachen. Zeig doch mal den Loot drauf, was ein neuer Boss in der Gegend ist. Ah, nee, nee. Die können chillen. Die haben mir ja nichts getan. Genau wie die hier. Die dürfen outchillen. Die tun mir ja nichts. Ja, die tun mir was. Die kriegen erstmal... Steam-Release ist um sechs. Ist der Release doch unterschiedlich? Wild. Nee, Switch müsste um Null oder um zwei Uhr kommen. Das sind eigentlich so die Nintendo-Zeiten. Eigentlich. Ja, gut. Da penne ich noch. Knäuliger Knoblauch. Okay. Luc riecht Motion Signs bei Monster Hunter Stories. Wir haben schon die Kamerasettings bei ihr geändert. Aber das Spiel löst bei ihr anscheinend Motion Signs aus, was ein bisschen sad ist. Ich hatte keine Ahnung, dass Alcala so riesig ist. Diese Jäger haben keine Chance, uns hier draußen zu finden. Brutus, nur durch den Wald auf der linken Seite. Komm, los geht's. Okay, Ena. Ich hoffe, dem Spiel ist klar, dass ich jetzt erstmal alles leer looten werde. Ich wollte euch gerade die einzige Beschränkung sagen, die ich euch nicht zeigen darf. Aber ich kann das heute eh nicht zeigen. Von daher brauche ich's gar nicht zu erwähnen. Und morgen ist das eh egal. So, so etwa, Yoshi. So in etwa. Krass. So. So. Lass mich. So. 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 Iceborne-PTSD Wie wär der Typ und warum hat der Ena einen entführt? Wir müssen sie retten Echt, warum wird unser süßes Girl entführt? Was soll das? Ich bin in den Wald gegangen Okay Ne, die Anna ist doch zahm Da war ein Rider drauf I smell Basarius Hallo Gagwa Hallo dicker Vogel Do not touch Qualität auf 480p gestellt Ich will den einmal verkloppen Vielleicht droppt er coole Sache Gagwa sind feige Erledigen ihn schnell Okay Guck mal, ist sogar ne Challenge Benutzen wir doch den Huhnentauf da Let's go Oh, die machen bestimmt Tag Ne, abwarten machen die Ich hätte gerne ein Stück Brust Oh, ich werde das nicht gut Wann hat ein Codofile Wann hat ein Gagwa jemals zurückgekämpft? Oh, okay Die muss man echt Die geben bestimmt voll viel Erfahrungspunkte Das sind bestimmt so Solche Gegner Ja, aber wer weiß Vielleicht wehren die sich hier einmal Und hauen mich Ah, die geben mir bestimmt EP ohne Ende Oder irgendwelche tollen Items Also warte mal Ich muss das aber auch mal umstellen Ich hab bei Lu gesehen Die Option Warte Das haben wir bei Lu nämlich umgestellt Die Kamera kannst du nämlich Die Kameraverfolgung Kannst du nämlich ausmachen Das ist chilliger Ich drehe die Kamera eh immer dahin Wo ich hingucke Und dann wobbelt die nicht so viel Die Kamera Das ist vielleicht auch für einige Die leichte Motion Signals bekommen Bei Lu hilft das auch ein bisschen Vielleicht ein bisschen besser zum Zuschauen Wieso ist Schick hier? Achso Ich bin überrascht Was du bei Nabra's Rüstung trägst Kannst du nicht schon bessere tragen? Die war eigentlich ganz gut Bis zum Ende der Demo Well it looks to me like We might have gotten off on the wrong path Huh? I'm Nadiru And this is my buddy A writer from Hokolo Island Pleased to meet you I'll show you to the village This way Come Let's go Nein, die katze Target spotted Warum ist Naviru so extrem nervig? Er hat Navi im Namen Case closed Das mit Elvin Tut mir leid Ich versichere dir Er meint es gut Aber sieh mal Wir sind jetzt fast ein Ruto Ein Flausch Oh Die Katze benutzt Flauschhühne als Spy Ist gut, ne? Jetzt habe ich die Map gewechselt Das wollte ich nicht Da muss ich hin Dann gehe ich hier lang Wenn wir erstmal im Dorf Ruto sind Musst du mit allem über das Ei sprechen Ich muss da lang Ich hasse ja sowas Ätzend Das ist ja sowas Oh, das Haus in der Mitte ist fancy. Ja, ein PC will... Also, wenn ihr auf die ganzen Extras kackt, ne? Mit Monsanto Rise. Also, wenn ihr auf diese Koops kackt... Ich glaube, ich würde euch dann auch die PC-Version empfehlen. Ich wette... Also, ich hoffe für die PC-Version, dass die besser läuft. Hier merkt man schon so... Das sind keine 30 Frames manchmal. Ich muss auch mit Opa sprechen. Komm vorbei, soweit du dich im Dorf umgeschaut hast. Verstanden? Wir sehen euch dann später. Sie läuft definitiv besser. Ja, glaube ich auch. Also, wenn man auf diese ganzen Koop-Krams kackt und auf die Amiibos kackt und die nicht benutzen will, PC-Version. Aber ich möchte den Koop-Kram mit Rise mitnehmen. Deswegen... Vielleicht kaufe ich mir auch noch die PC-Version. Weiß ich, ich glaube nicht. Aber, ne? Die wird besser laufen. Bindungsstein-Stufe. Wenn du Bindung mit deinem Monzies und Kampfgefährten stärkst, erhöhst du die Stufe deines Bindungssteins. Das erlaubt es, die schwierigere Nebenquests für bessere Belohnungen anzunehmen. Ja, aber ich würde nicht beides spielen. Das ist mein Problem. Ich müsste dann wieder beides spielen. Hat PC nicht die Koop-Mission? Die Switch auch. Switch auch, oder nicht? Switch wird doch auch den Koop-Modus. Das wäre ja Quatsch. Eben. Sollten beide haben. Hat sich so angered, dass auch PC manche Missionen nicht hat. Das kann gut sein, dass Nintendo sagt, wir möchten aber die und die DLC-Missionen machen. Das kann passieren, klar. Aber es kann genauso gut auf dem PC auch passieren. Also, ich muss sagen, so nach vier Jahren fühlt es sich schon nice an, eine neue Switch zu bestellen. Ja, aber die neue Switch hat ja, also, ich habe es schon mal, ich habe es im letzten Stream gesagt. Die neue Switch, die da angekündigt wurde, ne? Die hat keine bessere Leistung. Vertut euch da nicht. Das ist nicht ansatzweise eine Pro. Das Einzige, was da wirklich besser ist, ist das Display. Wenn ihr viel im Handheld spielt, go for it. Gönnt sie euch. Wenn ihr die wie ich nur im Dock stehen habt, überlegt es euch ein paar Mal. Schlaft nochmal drüber. Ihr müsst die nicht haben. Wenn ihr dieses Display, was da drin neu ist, eh nie seht, lohnt das nicht. Aber wenn ihr viel im Handheld spielt, go for it. Fettes Update. Und die kostet wohl unter 400 Euro. 370, 380 habe ich jetzt gesehen. Hat Saturn oder Media Markt die jetzt wieder geändert. Und auch herunterladbare Inhalte. Gucken wir uns das nochmal an. Meine stirbt... Was? Meine stirbt langsam. Okay, und wenn sie stirbt... Oh. Oh mein Gott, der wird so zu nahe. Das wird sowas von angezogen. Da muss ich die kaufen? Oh, das sind die, die man kaufen kann. Ich hab die nicht. Ah. Meine Switch ist auch noch First Gen. Sticker Set. Umstyling Scheine. Ach, guck mal. 1,1 schenken sie dir wieder. Ich hab's doch gewusst. Download Codes. Ach so. Ich hab's geil gefunden, wenn es hier so Aktionscodes geben würde von Capcom. Ja, aber okay, das sind die normalen Nintendo-Codes. So. Das ist der Katzerwahnstand. Das ist das. Das ist das. Ich muss mir jetzt erstmal klarkommen hier in der Stirn. Ah, hier ist Eierbrüten. Zumindest ist das die Katze dafür. Hier chillen überall Paolo Mus, da oben. Und ich glaub, ich hab noch einen gesehen. Da, chillt auch ein Paolo. Das ist das. Das ist die Katze, die Katze. Das ist das. Ich hab mit Auren. Was hast du gedacht, wenn du zu Herkolo in die Tatze gehen? Ich hatte mir deine Besten zu haben. Er wollte seine alten Kinschipstone da werden. Ich muss die Musik leiser machen, die ist viel zu laut. Das wird ein Arsch. Der hat schon das Design, um ein Arsch zu werden. Wenn du das hierherst, dann kannst du das. Wenn du das hierherst, dann kannst du das. Und wo hast du das? Der Garten hat mir das. Und wo hast du das? Und dann hast du es hier gebracht? Ich habe keine Wahl. Es gibt es hier. Es gibt es hier hinterher. Es gibt es hier hinterher. Bitte, wir halten hier das Alte. Bis zum nächsten Mal. Es wird es hier geschehen. Elder, kann diese Ecke sein? Ja. Descendant von Red, du kennst du das Recht auf Channeling? Ich verstehe. Also, du hast hier gekommen, ohne das Recht zu haben. Du bist als Ritter nicht mehr als Ritter, und hast du nicht mehr den Wettbewerb von deinem Grandfather. Aber ich kann die doch noch bekommen. Weißt du doch gar nicht. Ich verstehe diese Ecke. Es ist die Description des Ecke in der Legende. Aber... Hey, quit yanking my tail. You don't seriously believe all that. You can't just decide the monster is gonna be evil before it's even born. I know it doesn't exactly sound fair. However... Should this Rathalos hatch and awaken to its destructive power? You will be to blame for what happens. Are you prepared to take that risk? Nee. Auf den Boden schmeißen. Weglaufen. Monster Hunter Stories 2 ist, kann man schon spielen. Ich ja, ihr noch nicht. Ich hab Early Access von Capcom. Omelette. Omelette. Sollte es seine zerstörerische Kraft erwachen? Also wenn es lebt, die Fähigkeiten sollten doch durch Instinkt kommen. Die muss er doch nicht lernen. Das ist richtig. Zumindest funktioniert das in der Tierwelt ja so. Was macht dieses Fass denn an so einem Ort? Miau? Ich bin eine Fass. Das ist die perfekte Tarnung. Vielleicht steckt eine Feline darin. Komm schon, Kumpanen. Lass sie uns da rausholen. Ich wurde entdeckt. Zeit, sie zu trennen. Sie ist weg. Aber sie hat etwas zurückgelassen. Das ist ein Flauschhuhn, Kumpanen. Es wird ein gutes Haustier für dein Haus abgeben. Wir haben jetzt einfach einen Flauschhungel kidnappt. Ja, let's go! Oh! Ähm. Ähm. Okay. Hier geht es nicht weiter. Ach, die Frames in so einer Stadt sind schon auf... Aber das haben wir in der Demo ja auch schon gesehen. Also das war mir klar. Aber wie gesagt, ich wollte die ganzen Extras für Rice und so mitnehmen. Für Rice und die Extras für hier. So. Ähm. Ich dachte, da liegt was. Die Melungs GmbH. Gegen Waffen. Hast du denn noch so? Wie viele... Ich hab noch... Oh, ich hab noch. Aber ich guck erstmal, was wir uns später bauen können, bevor ich mir hier Sachen kaufe. Hä? Die Stadt ist voll merkwürdig. Man kann nur in der Mitte runter, kann das? Ja. Anna hat sich umgezogen. Können Sie die Legende, die Grandfather sagte, wirklich wahr sein? Keine Angst, Anna. Es wird alles funktioniert. Mehr als wichtig, wir müssen uns auf lernen, über die Recht der Channeling. Natürlich. Die Recht wird helfen, zu allen, dass du das, was es braucht, um zu erreichen. Wenn Red es kann, ich bin sicher, dass du auch kannst. Hier, du kannst du diese Runde, während du hier bist. Es war Red's Runde, vor Jahren. Wauw! Mein Vater, mein Freund, auch hier? Ja, Red war der erste Mensch, die zu besuchen Ruto. Sein Gehen hier war unsere Heilung, auch. Oh, genau! Ihr Gramps sprach, um Red zu verdienen, für etwas, was er gemacht hat. Ich erzähle euch das Geschichte später. Für jetzt, bitte, versuchen wir eine Runde. Nach dem, gehen Sie mit Alwyn in den Stabeln. Ist das Flauschum, das da oben hängt? Übrigens, das, was wir gerade gefunden haben. Und das lebt jetzt für immer in diesem kleinen Kreis, aus acht Holzstäben. Ist das acht? Kommt hin, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, 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 sechs. Könnte acht sein. Nein, das ist das Flauschum, das wir gekippt mit haben. Das hat ein viel besseres Leben, als das da draußen! Mann, hast du Glück! Ah ja. Achso, da war direkt das Rise-Outfit. Auch cool. Coole Deko. Rüstungsfarbe? Uh, das ändert viel. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich kriege später wieder so ein Farbauswahlrad, weil da steht beliebte Farbtöne. Das heißt, ich kann das später wahrscheinlich wieder auswählen. Guck mal, passt jetzt perfekt alles zusammen bei mir. So. Ich finde das cooler. Me, wenn Donut. Auf zu Elven. Das sind unsere Stabler. Schau mal, dass sie wie du es möchtest. Ich weiß, ob es etwas braucht, was du mit Hilfe brauchst. Hey, danke. Nice, ihr habt das Spiel denn jetzt Monka-Es verstanden? Äh, Monka-Toss. Wie? Wo? Oh, ich mach das für heute mal aus. Donuts, Monka-Toss. Ich hab das Voice-Ding mal ausgemacht für heute. Das nimmt er überhand. Oh, Gebieter. Nein. Nein, 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 nein. Nein! Nein! Du nicht so, dass du das tun? Donuts? Donuts? Nein! Ow! Ich bin, sorry, ich noch nicht. Okay, ich denke, ich würde mich aufhören, eine Überraschung, oder? Das ist schon... Oh, das war eine Ratsch? Entschuldigung, ich wirklich nicht verstehe. Ich verstehe. Wie Sie vielleicht haben Sie gesehen, unsere Stadt ist nur von Wyverians. Monster-Riding ist alles, was wir wissen. Wir haben nur angefangen, um die Welt auszusehen. Ich denke, wir haben noch viel zu lernen. Wie könnt ihr alle eigentlich so eine gesündere Hautfarbe haben als ich? Wieso bin ich immer noch Käsefrau? Ich muss diesen Gutschein benutzen, einfach nur um die Hautfarbe zu ändern. Ach, Moment, konnte man... ...kommt man die jetzt zusammenpacken, bevor ich die freilasse? Nee, Yoshi, ich habe gar nichts mehr gemacht in der Demo. Gar nichts. Und es ist mir egal, was ich verpasst habe dadurch. Ich habe da nicht mehr gefahren. Ich habe da nicht mehr gefahren. Ald幕zuellschliade. enquiert quieras? Ja, ich habe da nicht mehr gefahren.